Wir sprechen heute Geometrie-Light und das Video wird enden, wenn ich alle drei Leben verloren habe. Wenn ihr mehr davon seht, lasst gerne Like und Abo da und wir starten rein mit Versuch 1. Und schauen ob wir das auf 100% bringen können und zum zweiten Level kommen können. Auf einen Blösch. Das war Versuch 1. Versuch 2. Versuch 3. Versuch 3. Läuft das jetzt ganz gut. Sagt er und staub. Oh mein Gott. Okay, wir haben noch unsere zwei Versuche und gehen zum zweiten Level. Mal schauen, wie weit wir es hier bringen. Wir haben noch einen Versuch. Immerhin. Das ist doch schon mal besser. Aber ich hätte nicht gedacht, dass wir ein Level schaffen. Ehrlich. Ich hätte gedacht, es wird so ein schönes, kleines, kurzes Video. Aber dass ich schon zu Level 2 vorgedrungen bin, krass. Wenn ihr mehr von Geometry Dash sehen wollt, lasst gerne ein Like und ein Abo. Aktiviert die Glocke. Vielleicht machen wir nochmal so ein Video mit Geometry Dash 3 Leben. Oder weniger Leben. Mal schauen, wie es euch bei ankommt. Äh, ja. Warum ich das jetzt schon sage? Weil das Video jetzt zu Ende ist.